Heute gibt es ein Praxisbeispiel, wie der Verkauf von digitalen Produkten funktioniert. In den letzten Videos dieser Videoserie, ich glaube das ist jetzt Video Nummer 8, habe ich dir viel erklärt, wie man das Ganze automatisiert, wie man ein digitales Produkt erstellt, welche Tools du verwenden solltest und heute bekommst du von mir ein Praxisbeispiel, wie ich es mit einem Geschäftspartner umgesetzt habe. Vielmehr, es ist eigentlich gar kein Geschäftspartner, sondern einer meiner besten Freunde, der weiß, was ich mache, was ich beruflich mache und eine Idee hatte und ich zu ihm gesagt habe, ja, da machen wir was zusammen. Es ist so, dass er leidenschaftlicher Cocktailmixer ist. Er steht gar nicht hinter einer Bar, sondern er macht das einfach gern privat für sich zu Hause. Er mixt sehr viel Cocktail für seine Freunde bei einer Geburtstagsfeier, bei runden Geburtstagen und hat demnach sehr viel Ahnung für dieses Thema und kam auf die Idee, da wirklich sehr viele Leute im Internet nach Cocktailselbermixen, Cocktailrezepte und diesen Dingen suchen, dass er dieses Wissen weitergibt. Und er hat mich darauf angesprochen und ich habe mir das Ganze mal angesehen und habe dann festgestellt, dass es ganz viele Cocktailseiten gibt, aber die meisten sind ja sehr schlecht aufgebaut, sage ich jetzt mal, sehen nicht wirklich hochwertig aus und du findest auf diesen Seiten zwar viele Rezepte, aber nicht, wie dieser Cocktail zubereitet wird und auch nicht, auf was es wirklich ankommt. Denn nur wenn du ein Cocktailrezept hast, heißt das noch lange nicht, dass der Cocktail wirklich gut wird, denn es kommt doch auf ein paar Details an, welche Zutaten du verwendest, die Shake da und ein paar weitere Dinge. Aber gut, darum geht es ja gar nicht. Wir haben uns das Ganze dann zusammen angeschaut und ich dachte mir, ja cool, er hat sich eh immer so für dieses Geschäftsmodell des Internetmarketers oder Internetunternehmers interessiert und so haben wir zusammen zwei E-Books geschrieben zum Thema Cocktails, einen Videokurs aufgenommen, beziehungsweise diesen Videokurs habe nicht ich, sondern den hatte er aufgenommen und im Endeffekt zeigen wir darin, wie man Cocktails selbst zu Hause in der Küche mixt oder wenn man eine kleine Bar hat, mit ein paar Ideen, wie man das Ganze auch verstaut, denn man braucht ja doch einen gewissen Barstock, welche Werkzeuge, welche Zutaten man benötigt und wie man gängige als auch ausgefallene Cocktails dann mixt. Ob das jetzt ein Pinaculare, ein Swimmingpool, ein Touchdown, ein Caipirinha ist, ganz egal, das alles zeigen wir in dem E-Book und auch im Videokurs. Ja, und wie haben wir das Ganze gemacht? Mein Freund oder mein Geschäftspartner hat sich um die ganzen Inhalte gekümmert und ich habe die Technik und das Marketing, wie ich es dir auch in den letzten Videos schon gezeigt habe, übernommen. Und vom Prinzip her, wir haben eine Webseite, einen Blog, wo wir einige Artikel veröffentlichen und eine Landingpage haben, wo wir die E-Mail-Adresse einsammeln. Hier geben wir einen kostenlosen Cocktailkurs raus, wollen aber im Gegensatz dazu die E-Mail-Adresse haben. Diese Seite bewerben wir mit Facebook, mit Google und den Traffic, den wir so über die Google-Suche über das Internet bekommen. Dann bauen wir Vertrauen auf, indem wir wirklich hochwertige Informationen und einen kostenlosen Cocktailkurs unserem Interessenten schicken. Und nach ein paar Tagen sieht ihr dann selbst, oh, das ist ganz cool, was die Jungs hier machen, das gefällt mir und ich möchte auch Lifestyle und selbst ein paar Cocktails mixen können. Und dann bewerben wir unsere Produkte. Als erstes das E-Book, als zweites den Videokurs und das Ganze machen wir mit E-Mail-Marketing. Im letzten Video habe ich dir den Ablauf gezeigt. Wir fangen als erstes auf der Webseite, möchten wir die E-Mail-Adresse sammeln, dann machen wir mit E-Mail-Marketing weiter. Wir leiten auf eine Verkaufsseite, dann auf eine Bestellseite und dann, wenn der Kunde kauft, bekommt er einen Zugriff auf das Produkt, wo er sich das herunterladen beziehungsweise dann den Videokurs ansehen kann. Wir haben das so gelöst und ja, das ist ein gutes Beispiel. Mein guter Kumpel hat keine Ahnung oder hatte keine Ahnung von Internet-Marketing und er hat trotzdem so etwas aufgezogen, großgezogen, natürlich mit mir jetzt als Geschäftspartner und dazu einfach ein paar kurze Tipps. Wenn du nach Cocktail-Rezepte googlest, wirst du uns bestimmt auch finden, wenn du dir das mal ansehen möchtest und nutze genau die Tools, die ich dir vorstelle. Dazu einfach das letzte Video ansehen und darin zeigen wir das Ganze. Klassisches Beispiel war jetzt hier in diesem Video und ja, wie gesagt, hole ich dir einen Partner für die Technik, dann kannst du das Ganze zusammen umsetzen, falls du das nicht selbst umsetzen möchtest. Das Stichwort dafür ist eine Joint-Venture-Partnerschaft, was es auf sich hat und wie man so etwas regelt. Dazu habe ich noch ein letztes Video, dann haben wir, ich glaube, neun Videos in dieser Videoserie aufgenommen und dann sollte es auch gut sein mit diesem Thema, beziehungsweise dann haben wir alles behandelt. Wir sehen uns also in ein paar Tagen wieder mit dem nächsten Video und vergiss nicht jetzt noch den YouTube-Kanal zu abonnieren, hinterlasse einen Kommentar und dann sehen wir uns in ein paar Tagen beim letzten Video wieder. Bis dahin, alles Gute und viele Grüße, Oliver Pfeiler.